An Digitaltags nehme ich mein Handy mit, also etwas sehr Digitals, damit ich das auch fotografieren kann und auch immer wieder einen Faktencheck machen kann. Wenn ich irgendetwas in einem Stand sehe, wo ich glaube, stimmt das wirklich, kann ich den Faktencheck unterziehen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!